Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hexit und ja, wir gehen mal wieder drauf. Ich nehme jetzt ja noch im alten Jahr die Folge auf. Die kommt ja auch noch im alten Jahr, stimmt, am 31. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Video sogar für dieses Jahr. Ist ja krass. Hi. Ja, Suicide Mid ist gerade da. Und ich dachte mir, ich wollte heute unbedingt noch aufnehmen, weil ich, ähm... Ja, jetzt ein paar Tage wieder Angst hatte, dass ich gar nicht mehr aufnehmen kann. Und ja, ich hätte jetzt auch noch morgen aufnehmen können, aber das wird mir zu knapp. Weil, äh, dann kommt die Folge schon einen Tag später und keine Ahnung. Deswegen nehme ich es jetzt gerade am 29. auf und... Ja, der Sauber war nämlich jetzt auch wieder ein paar Tage offline. Äh, ich glaube seit dem 26. oder 25. Ähm, oder? Ne, am 25. hatte ich noch aufgenommen. Stimmt. Naja, auf jeden Fall war er ein paar Tage offline irgendwie und... Das war natürlich ein bisschen schade dann. Und ich dachte schon, dass wieder Folgen ausfallen müssen. Äh, beziehungsweise nicht wieder, sondern zum ersten Mal. Und das wäre ja ein bisschen schade gewesen. Deswegen versuche ich jetzt noch ein paar Folgen zu machen, dass auch immer was kommt. Falls es da zu technischen Problemen kommt. Und ja. Dann gucke ich mal. Ich brauche, ähm... Ja, ein bisschen Cobalt und Erdite. Ich habe mir schon die Spitzhacke geholt. Ich hoffe mal, die ist ganz gut mit dem komischen Kaktusbein-Ding. Und wir gehen mal in den Nether. Hab den Urghast. Naja. Ne, Naga und den Lich im Twilight Forest allein gekillt. Nice. Machst du auch Videos dazu? Ne, warte mal. Ich frage anders. Lädst du auch Videos dazu hoch? Ja, es würde mich nämlich mal interessieren, ob die dann auch Videos hochladen, die jetzt alle eingeladen wurden ins Projekt? Ne. Wieso eigentlich? Warte mal. Ich frage nochmal, wenn ich hier durch bin. Aber das ist doch Pflicht, oder? Ja, also meines Wissens nach schon. Nur farmen darf man mittlerweile so ein bisschen offscreen. Ich mache meistens bei Battlecraft da mit. Hm. Komisch. Naja, ich weiß nicht. Eigentlich muss man alles aufnehmen. Für seinen eigenen Kanal. Aber du hast doch nen Kanal. Da kannst du ja mal was bringen. Wenn du alleine machst. Zumindest. Kanal. Mit zwei A habe ich geschrieben. Naja, manchmal guckt man eben nicht hin. So. Ähm, ja. Wie weit bin ich jetzt schon? Oh, bei drei Minuten, Alter. Krass. Hab noch nichts geschafft. Ich wollte nämlich heute jetzt ein paar Ardite und so holen. Und Kobalt. Da vorne sehe ich auch schon das erste. Und ich muss mal unbedingt den Weg merken, wo es zurück geht. Ich hoffe mal, das kriege ich hin. So. Dann gucken wir mal. Ach du Scheiße. Nein. Alter, ich hasse diese Spinnen. Die sind einfach so eklig. Okay. Schreibt er. Naja, vielleicht macht er ja mal was. Oh ne, bitte nicht sterben. Oh ne. Bitte nicht diese kleinen. Ich hasse die. Diese scheiß Feuerspinnen. Alter. Nein. Ich muss sie töten. Es geht nicht anders. Ey. Was ist los? Ich will nur ein bisschen farben. Ich hab nicht mehr Essen mit, Alter. Wie bereite ich mich bitte vor? Ich brauch mehr Essen. Und wieso kann ich nicht sprinten? Was ist denn los? Ich hab jetzt bestimmt... ...zehnmal auf Sprinten gedrückt... ...und nur zweimal davon bin ich losgerannt. Was soll denn das? So. Ich guck mal hier. Vielleicht finden wir hier in der Nähe... ...ein bisschen mehr Ardite. Da vorne? Ne, das ist ein Baum. Ähm. Hier wäre nochmal Kobalt. Das wäre jetzt erstmal nicht so... ...ins offene Messer laufen da. Ja, da gucken wir erstmal hier. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt noch Ardite finden würden. Was ist denn das da unten noch? Lol. Ach, das ist so ein Busch. Und was für einer? Skyberry. Okay, lol. So, warte. Ich esse erst mal was. Kann ich eigentlich das Weizen essen? Ich weiß es gar nicht. Äh, also Brot entsprechend. Nicht Weizen. Ich wollte nur wissen, ob ich das nicht noch für was anderes brauche. Da bin ich mir grad nämlich nicht sicher. Mir gibt's ja einiges an Kobalt. Alter, das ist ja gar nicht mal so selten... ...wie ich hier grad sehe. Alter, nein. Wo? Na gut, ich nehm's mal mit. So. Okay. Ach nee. Ich brauch auch unbedingt meine Eisenrüstung, ey. Ich hab ja, glaube genug. 26, ja. Das sollte ich mir mal machen. Das hat nämlich eigentlich Priorität. So. Das sind auch nochmal so Spinnen. Wo war denn jetzt das Portal? Hä? Hä? Ich hab ja wieder null Orientierung, ne? Wo ist denn das Portal hin? Ich find das Portal nicht wieder, Leute. Ach. Nee. Jetzt ist ja auch noch ein Gast, ey. Scheiße. Was soll denn das? Hä? Ach komm. Egal. Der soll sich da festklemmen und was weiß ich. Ist mir egal. Ach, wo war bitte das Portal, Alter? Ich hab das schon wieder komplett vergessen. Ich muss mal hier oben gucken. Das kann doch nicht weg sein. Hä? Nein. Alter. Mann. Geh weg. Und ihr auch. Alter. Geh weg. Ich treff die nicht. Ich hab kein Holz mit. Na gut. Warte. Ich könnte mal was craften. Ach. Da unten. Ey. Ich dachte schon. Ich hab jetzt hier alles verloren. Nein. Scheiße. Nicht doch. Scheiße. Erst mal pennen. Nee. Da ist er noch da. Hä? Nee. Jetzt geh raus. So. Ist jetzt die Playlist schon wieder zu Ende, Alter? Ich raste aus. Es passiert ja nur noch Scheiße gerade. So. Geht die Musik jetzt mal weiter, bitte. Okay. Ich weiß nicht, was da mit der Playlist hat. Jedes Mal, wenn ich diese scheiß Playlist hab, geht das nicht. Ja. Ja. Geil. Dankeschön. Ey. Äh. Ich brauch Rüstung. Sofort. Ich hab nicht mal. Ach so. Wisst ihr was? Ist mir jetzt egal. Ich mach mir jetzt einen Diamant-Harnisch. Es reicht mir jetzt. Damit ich da irgendwas überstehe in dem Scheiß. Ich brauch noch ein Schwert. So. Ach du Scheiße. Ich brauch noch ein Schwert. Ich hab nicht mal Eisen hier, ey. Alles Eisen, was ich hatte, war... Warte mal. Ich kann ja mal gucken in der Schmiede, ob da noch was ist. Das bleibt da drin. Natürlich ist da nix. Da muss ich jetzt, äh, nochmal in Nether gehen. Nee, warte. Ich brauch ja ein Schwert unbedingt. Ach man, ey. Nee, warte. Wenn, dann mach ich mir einen Giant Sword. So. Damit ich eine kleine Chance hab, jo. Zack. Jetzt hab ich natürlich wieder die ganzen Level verloren, ey. So ne Scheiße. So. Und wehe, ich sterb nochmal, ey. So ne Rotzer. Weil ich dieses Scheiß-Portal nicht gefunden hab. Geh weg. Ohne Witz. Ich hasse die. Oh. Mann, ey. So, das nehm ich jetzt erst mal wieder. Das kommt da hin. Okay. Wo sind, wo sind denn die jetzt? Och. Mann. Oh. Hä? Wo ist das Herz hin? Hä, wo ist das hin? Ist das hier? Nee. Hm. Keine Ahnung. Das Herz ist auf jeden Fall eigentlich wichtig. Wegen Dings. Ach so. Das ist bestimmt so ein Herz, was dann hier dazu geht. Das kann sein. Weil, äh, ich dachte eigentlich, dass das so ein Tinkers Construct, äh, Herz ist, was man braucht für diese Hartkanister. Aber anscheinend nicht. Na gut. Gut, dann warte ich mal, bis, oder, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, da mache ich dann auch das Thumbnail. Genau, das mache ich jetzt nicht mehr. Gut, dann sehen wir uns dann. Haut da rein. Und ja, guten Rutsch ins neue Jahr, ne? Dann, bis später. Tschüss. Tschüss.